So ihr Lieben, ich bin immer noch gesundheitlich angeschlagen und in diesem Zustand mache ich auch noch verteilerweise ein solches Video. Auch ein Video, wo ich mich frage, ob es eine gute Idee ist oder ob ich es doch besser sein lasse. Aber wie immer bei mir, alles muss raus und es ist eh schon zu spät. Ich habe schon so viel Mist verzapft, dann schadet das jetzt auch nicht mehr mehr. Ich habe schon alle roten Linien von mir selber überschritten. Also in diesem Video geht es um mit rechten Reden. Und nur zur Klarheit, aus meiner eigenen Sicht bin ich ein kreuzlinke Type. Ich weiß auch gar nicht, ob das notwendig ist, das zu sagen. Ich hätte früher, ich bin ein älteres Semester, ich hätte früher gesagt, allein, dass ich mich so vor die Kamera setze, drückt das schon aus. Weil ich weiß nicht, ob das heute noch gilt, aber früher mal ist es so gewesen, kein Rechter, der was auf sich hält, setzt sich so vor die Kamera. Unrasiert, ungewaschen, zerstrubbelt mit so einem merkwürdigen Teil. Das ist einfach, gerade im rechten Lager ist Habitus sehr wichtig und Status und so Kram. Und das hat bei mir auch nichts mit Nonchalance oder mit Image zu tun, sondern einfach, ich bin zu faul. Also es ist pure nackte Faulheit und auch dazu zu stehen ist, finde ich, ziemlich links. Und wenn ich jetzt aber sage, ich bin ziemlich links, dann muss ich dazu sagen, ich bin auf eine Weise ein Linker, wie es glaube ich, muss man immer vorsichtig sein, weil der eigene Horizont ist beschränkt, sehr ungewöhnlich ist. Das Erste geht schon damit los, dass ich den ganzen Unterscheidungen rechts-links für einen historischen Irrtum halte, der mit der Assemblée nationale in die Welt gekommen ist, also mit der französischen Nationalversammlung nach der französischen Revolution, wo sich erstmals so lagerförmig hingesetzt wurde, wenn ich richtig informiert bin. Zumindest ist das meine Quelleninformation, dass das so ist, dass das so sei, dass das die Herkunft sei, dieses Rechts-Links-Lagerdenkens und ich halte das für einen historischen Irrtum. Woher nehme ich das? Ich nehme das aus der artischen Demokratie, also den ursprünglichen Formen von Politik, wo das eben unüblich war. Es gibt historische Berichte, dass das auch dort versucht wurde, aber dann sich dort nicht durchgesetzt hat. Also sozusagen klassisch, wie Politik, wie Demokratie gemacht wurde, gab es keine Parteien, zumindest nicht in der Politik, außerhalb der Politik schon, in der Politik nicht. Und es gab auch dieses Lagerdenken nicht, weil der Sinn von Politik in der Antike war, dieses Lagerdenken zu überwinden. Man hatte es in der Polis, aber man wollte es nicht. Und weil man es nicht wollte, hat man bewusst nicht Politik über Parteien, nicht über politische Lager gemacht. Also das zur Klarheit. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Für einen Linken, dass jemand Linker sagt, ich finde das ganze Rechts-Links-Denken sozusagen strukturell verfehlt. Das Nächste, was ungewöhnlich ist, und da sind wir jetzt beim Thema mit rechten Reden, ich bin ein Linker, der sich jederzeit mit Rechten hinsetzen würde und mit ihnen reden würde, außer in einer Form, und dazu kommen wir gleich, also es ist ein dreistufiges Denken. Also es gibt drei Formen, in denen man mit Rechten reden kann als Linker, und eine davon lehne ich ab, weil sie nichts bringt, dazu sage ich auch noch gleich ganz viel, und zwei würde ich jederzeit machen. Also in zwei Formen würde ich es tun, in einer Form nicht. Also, mit rechten Reden, das ist so, allein, ich finde allein schon das Herangehen, ehrlich gesagt, schon dieses mit Recht reden, finde ich, hat schon so einen leicht arroganten Unterton, den ich nicht gut finde. Ich finde, Menschen mit rechter Haltung sollten ganz genauso am politischen Diskurs teilnehmen wie Linke und wie alle anderen, auch Neutrale, die überhaupt keine politische Haltung sein. Also meine Haltung ist, und ich halte das tatsächlich für eine linke Haltung, alle sollten in die Politik einschließlich der Rechten. Und das ist, glaube ich, für Linke eine relativ ungewöhnliche Haltung, wenn ich das richtig wahrnehme. Ich weiß nicht, ob ich mich da vielleicht täusche. Es geht immer um die Gleichberechtigung, und dieser entschiedene Einsatz für allgemeine Gleichbeteiligung halte ich für den eigentlich demokratischen und auch den eigentlich linken Ansatz. Und das geht also über das Toleranzparadoxon noch weit hinaus, also über dieses, ich würde dafür sterben, dass auch du, ich stimme dir nicht zu in deiner Meinung, aber ich würde dafür sterben, dass du sagen darfst und so. Das geht darüber hinaus, das geht also nicht nur um freie Rede, sondern es geht um Recht zur freien Meinungsäußerung, sondern es geht um Gleichbeteiligung in offiziellen politischen Ämtern, also in der wirksamen, in der Realpolitik, dort, wo die Entscheidungen gemacht sind. Wer dort allgemeine Gleichbeteiligung fordert, ist meines Erachtens a. ein Demokrat und b. ein Linker. Also ich reklamiere tatsächlich die demokratische Position, die ursprünglich demokratische Position für die Linke, und gleichzeitig halte ich sozusagen das ganze Links-Rechts-Denken für verfehlt. Und Teil dieses Denkens, für das ich sozusagen einstehe, ist, auch Rechte müssen ganz genauso am politischen Prozess beteiligt werden wie Linke, wie neutrale, wie unpolitische Menschen. Es geht um allgemeine Gleichbeteiligung. Und insofern halte ich eben diese Position auch für sozusagen strukturell überlegen allen anderen. Das weiß ich nicht, ob man das nachvollziehen kann. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos mit rechten Rieden. Ich bin jemand, der keine Angst vor Ansteckung hat. Und das gibt es aber leider weit verbreitet. Und gerade in der Öffentlichkeit, und da sind wir schon wieder bei den Strukturdefiziten, Struktur von Öffentlichkeit, diese Ansteckungslogik. Im Sinne von, jemand ist befreundet mit X und das ist ein Problem, weil wenn man befreundet mit X ist, dann ist man irgendwie auch schon irgendwie das. Das halte ich für völlig verfehlt und das halte ich tatsächlich für ein unpolitisches, privatistisches Denken und auch Teil der Wurzel des Übels, der im Sinne von, wie unser politisches System fehlkonstruiert ist. Wieder, das System ist fehlkonstruiert und führt dann im Resultat dazu, dass es so eine Angst vor Ansteckung gibt. Nach der Devise, ich setze mich mit einem Rechten hin und rede mit ihm privat und dann habe ich auch rechte Meinungen. Umgekehrt muss er das auch befürchten. Er setzt sich mit hin und meine komischen linken Einstellungen seien ansteckend. A, so läuft es nicht. Also sozusagen, das wäre auch ein bisschen zu einfach und zu naiv. Also meine Erwartung, wenn ich mich mit einem Menschen, mit, sag ich mal, rechtsextremen oder extrem konservativen oder reaktionären Haltungen hinsetze und wir reden über alles Mögliche zusammen, wäre meine Erwartung an Haltungsänderungen bei uns beiden relativ niedrig. Ich würde mir kaum was davon erwarten. Ich wäre aber freundlich zu den Menschen. Ich habe keinen Impuls, sie zu bekämpfen und ich habe keinen Impuls, sie zu bekehren. Das habe ich einfach nicht und das halte ich sozusagen, man mag das für naiv halten, aber ich halte genau das Umgekehrte für naiv. Ich halte es für psychologisch naiv. Also im Sinne von, wenn man versteht, wie Menschen psychologisch arbeiten, wir alle, ausnahmslos alle, dann ist die Erwartung, dass wir durch sowas wie Aufklärung oder Bekehren Haltungen ändern können, einfach verfehlt. Das wissen wir mittlerweile, aber wir ignorieren es halt in der Politik konstant. Also kurz gesagt, also Stufe 1, ich habe ja von drei Stufen gesprochen, Stufe 1, ich würde mich privat jederzeit mit rechtsdenkenden Menschen, mit Menschen mit einer rechten Haltung hinsetzen, als Mensch mit doppeltem Migrationshintergrund, sehr merkwürdigen Habitus, sehr merkwürdigen, alles Mögliche ist an mir sehr merkwürdig, mit diversen psychischen Schwierigkeiten bin ich gesegnet. Ja, also ich habe ganz viele Schwierigkeiten an mir, die ich persönlich mitbringe. Wahrscheinlich auch irgendwie sowas wie eine seelisch-kognitive Behinderung, kann man bei mir auch konstatieren, wenn man will. Also bei mir ist wirklich einiges im Argen. Und als dieser merkwürdige Mensch, der ich bin, der wahrscheinlich in verschiedenen politischen Konstellationen große Probleme kriegen würde, würde ich mich jederzeit mit Rechten privat hinsetzen und mit ihnen reden. Ich wäre einfach freundlich und ich wäre nicht sonderlich bekehrerisch, sondern wir würden halt eine gute Zeit haben im Rahmen unserer begrenzten Möglichkeiten. Und vielleicht würden wir auch überhaupt nicht über Politik reden, sondern, was weiß ich, ein Bier trinken und über das Wetter reden oder über Fußball oder so. Und das wäre okay. So ist meine Haltung auf der Ebene privat. Man trifft sich privat mit Leuten mit konservativer Haltung. Ich habe kein Problem damit. Also das ist fast erschreckend für mich, weil ich bin echt ein ziemlich uncooler Mensch. Immer gewesen. Meine ganze Kindheit und Jugend war geprägt von Uncoolheit. Und ich halte mich auch heute noch für ein hochnervöses Nervenbündel, dass alles andere als cool ist. Aber in der Hinsicht bin ich echt cool. Also ich bin ein unaufgeregter, unaggressiver, freundlicher, höflicher Linker. Ich bin sozusagen bescheuert ausgedrückt, ich bremse auch für Rechte. Ich bin freundlich und höflich auch zu Rechten. Natürlich, was soll denn sonst was bringen? Was erwarten wir? Also wenn man das so sehen will, bin ich eine Schmalspur-Variante in den Spuren von Daryl Davis. Wer ihn kennt, Daryl Davis, das ist dieser etwas beleibte Jazz-Pianist, schwarze Jazz-Pianist, der sich aus privatem Antrieb mit der Führung des Ku Klux Klan von Maryland angefreundet hat und über einen langen, langen, langen Prozess hinweg hatte das Auswirkungen. Ich bin nicht bereit, diesen langen Weg zu gehen, weil das hat für mich was Heroisches, was Selbstaufopferisches und ich lehne Heroismus und Selbstaufopferung aus Prinzip ab und auch das halte ich für eine linke Haltung. Also heldenhaftes Kämpfen, heldenhaftes sich selber aufopfern, heldenhaftes unter Gefahr für das eigene Leib und Leben die Welt verändern, halte ich für eine nicht linke Haltung, weil sie sozusagen Leid impliziert. Und worum es letztlich geht, ist Leidreduzierung und das bei allen Menschen einschließlich einem selber, einschließlich meiner eigenen Wenigkeit. Also ich bewundere jemanden wie Daryl Davis, aber ich sehe den langen, langen Weg und ich sehe die vielen Punkte, an denen das auch hätte schief gehen können. Also kurz gesagt, man könnte auch sagen, Daryl Davis hat einfach Glück gehabt. Er hat was bewirkt, offensichtlich, aus privatem Antrieb, in dem er sich privat mit Rechten hingesetzt hat und er hat was bewirkt. Aber wir sehen am Beispiel von Daryl Davis, dass da was geht, aber wir sehen auch den Preis. Und das Problem ist immer natürlich bei Veränderungen der Preis. Wenn etwas sehr, sehr kostspielig ist, ein Verhalten können wir nie Ausbreitungseffekte erwarten. Das ist strukturelles Denken. Das ist also positives, ökonomisches Denken, dass man versteht, dass eine Verhaltensweise, die extrem subjektiv kostspielig ist, immer nur von einigen wenigen mehrtürerhaften, heroisch agierenden Individuen realisiert werden kann, aber nie in die Breite gehen kann, nie sich ausbreiten kann. Das wurde mir mal im Studium beigebracht von sehr, sehr konservativen, liberal-konservativen Denkern. Das waren meine Ausbilder. Also ich bin eine kreuzlinke Socke, die gelernt hat bei letztlich Neoliberalen. Also mein Denken wurde geprägt von Neoliberalen, trotzdem bin ich ein Linker. Und diese Neoliberalen haben mir beigebracht, dass ich eine Verhaltensweise niemals ausbreiten kann, die sehr, sehr kostspielig ist. Einzelne werden sie immer wieder realisieren, mehrtürerhafte, relativ sture, relativ heroische Menschen, aber es kann nicht unser Ziel sein, Heroismus auszubreiten, Märtyrertum auszubreiten und da massiver Selbstaufopferung die Welt verändern zu wollen. Das ist einfach kein guter Weg. Und ich finde, gerade Linke sollten das erkennen. Also das ist alles auf der privaten Ebene, aber ich sehe, was da geht. Und im Rahmen meiner Schmalspurvariante habe ich diesen Teil auch gebracht. Also ich habe faktisch reihenweise mit Leuten mit extrem Problemen, aus meiner Sicht, aus meiner linken Sicht, hochproblematischen Einstellungen schon zusammengesessen und wir haben uns unterhalten. Und zwar mit sehr, sehr vielen. Und auch mit Leuten mit extremen Meinungen habe ich zusammengesessen. Und ich bin noch da. So viel kann ich sagen. Und ich war sehr vorsichtig, war sehr respektvoll, ich war sehr freundlich. Ich habe, soweit ich das konnte, meine ganz komische, natürliche Arroganz abgestreift. Und wir haben uns halt hingesetzt unter Menschen. Unter absoluter, unter der, von meiner Seite, Präposition, oder man weiß nicht, wie ich es nennen soll, Voraussetzung der Gleichwertigkeit. Du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Du hast eine Meinung, du hast eine Lebensgeschichte und deine Lebensgeschichte hat zu deiner Meinung geführt. Ich habe eine Lebensgeschichte und meine Lebensgeschichte hat zu meiner Meinung geführt. So sehe ich das. Und insofern sehe ich zum Beispiel mein Komisches, dass ich also wirklich ein Kreuzlinker bin, auch nicht als ein Verdienst an oder so. Ich sehe es als ein Zufall der Geburt an. Ja, also sozusagen, ich bin in einer bestimmten Familie geboren worden, in einem bestimmten sozialen Kontext und der hat dazu geführt, dass ich halt ein Linker geworden bin. Wäre ich in einem anderen Kontext geboren und wäre ich sozusagen, wären die Zufälle der Geburt andere gewesen, wäre ich ein Rechter geworden. So simpel sehe ich das. Das ist also nicht eine, meine persönliche Haltung ist nicht mein Verdienst, sondern ist Resultat von Zufällen. Ja, so kann ich mir nicht ans Revier heften. Also ich habe eine tolle Haltung oder so. Sondern halt zufällig bin ich so und andere sind anders. So sehe ich das. Und deswegen ist meine Grundhaltung auf der Ebene auch entspannt. Also so viel zum Thema mit rechten Reden in einem privaten Kontext aus privatem Antrieb. Würde ich jederzeit machen. Jetzt kommt zu der Sache, die ich niemals machen würde. Das ist sehr schwer zu erklären. Das ist auch, das eigentliche Thema dieses Videos ist diese Nummer zwei. Also unter welchen Kontexten würde ich nicht mit rechten reden? Und das wäre in der Öffentlichkeit. Also das wäre auf Social Media, das wäre auf Podiumsdiskussionen, das wäre in TV-Shows oder auf Demos oder so. Warum nicht? Und das ist jetzt sehr schwer zu erklären, dass das keine Arroganz ist, was ich jetzt hier sage und ich versuche es klar zu machen, warum es keine Arroganz ist. Ich würde mich nicht deswegen nicht hinsetzen, weil ich fürchte um meinen Ruf, um meinen Renommee. Ich meine, ich habe so gut wie keins. Wer bin ich schon? Ich habe nichts zu verlieren. Ich bin keine Partei. Ich bin keine Organisation, ganz bewusst nicht. Und so weiter. Also ich habe nichts zu verlieren und ich habe auch keine Angst, dass irgendjemand sagt, ja, aber der hat sich mit XY hingesetzt und das ist ja schon verfehlt. Weil so denke ich nicht. Und das wäre mir auch egal, ob so über mich geredet wird. Aber ich würde aus einem ganz bestimmten Grund das nicht machen, weil es nichts bringt. Und es bringt deswegen nichts, wegen nicht meinem Gesichtsverlust, sondern wegen dem Gesichtsverlust meiner Gesprächspartner. Wenn ich mit öffentlich, mit Leuten mit rechten Positionen in der Öffentlichkeit rede, in einer Podiumsdiskussion, in einer TV-Show, in irgendwo in der Öffentlichkeit, wo andere Leute zugucken, dann muss mir ja klar sein, dass diese Menschen, wenn sie jetzt auch nur minimal sich bewegen, als Resultat unseres Austausches, unseres Gesprächs, unseres Dialogs, sie dafür accountable, wie es so schön heißt, gehalten werden, verantwortlich gemacht werden von ihrem eigenen Milieu. Das heißt, in der Öffentlichkeit können sich diese Menschen gar nicht bewegen, weil sie haben zu viel zu verlieren, weil sie ja sozusagen ihrem Milieu untreu werden würden, gesetzt, es würde überhaupt was bewegen. Das heißt, unter den Bedingungen von Öffentlichkeit können Menschen ihre Position nicht oder nur unter sehr hohen persönlichen Kosten sehr schwer verändern. Das gilt übrigens für alle Menschen, nicht nur für Rechte. Deswegen bringt öffentlicher Diskurs so wenig, weil sozusagen wir alle von unseren eigenen Milieus, von denen wir teil sind, festgehalten werden in der Öffentlichkeit und was bei mir das anders macht, ist einfach nur, ich bin nicht stabiler Teil von irgendeinem Milieu. Ich war immer ein Außenseiter und habe diese Außenseiterposition auch immer ganz bewusst gewählt. Ich wollte nie irgendwo dazugehören. Dass ich von der Haltung her ein krasser Linker bin, ändert nichts daran. Also ich habe auch mit Linken massive Probleme. Also ich will nicht Teil eines Milieus sein und bin es trotzdem. Natürlich. Wenn ich anschaue, wer sind meine Freunde, welche Haltung haben die, dann finden sich überproportional viele Akademiker in meinem Umfeld, es finden sich überproportional viele Linke in meinem Umfeld. Keine Ahnung, es reicht wahrscheinlich schon, dass ich ein Großstadtmensch bin, das hat auch schon einen Teil und in einer Stadt wohne, wo seit Jahrzehnten, wie soll man sagen, linke Regierungen, linke Parteien mit an der Macht sind, obwohl das ganze sonstige Umland anders tickt. Also allein das genügt ja schon. Also es gibt da kein Entkommen über persönliche Haltung. Aber auf eine gewisse Seite bin ich immer ein Außenseiter geblieben und ich fühle mich in dieser Position des Außenseiters auch besonders wohl. Das hat auch wieder biografische Gründe, ist wieder überhaupt kein Verdienst. So bin ich halt. So bin ich halt geworden. Ich kann es nicht ändern. I can't help it. Ja, so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also privat, im privaten Raum, ohne Öffentlichkeit, in Hinterzimmern, wie es so schön heißt, würde ich mich jederzeit mit Rechten hinsetzen und reden. In öffentlichem Kontext würde ich mich deswegen nicht reden, weil ich davon nichts erwarte. Also sozusagen, es würde einfach nichts bringen, denn es wäre sozusagen unökonomisch im Sinne von hoher Aufwand, geringer oder gar keinen Ertrag. Was erwarte ich mir davon, wenn ich mich in der Öffentlichkeit hinsetze und mit Rechten reden? Was soll denn das bringen? Die Leute können ihre Haltung nicht ändern, weil das gefährlich für sie ist oder bedrohlich für sie ist oder auf jeden Fall sehr kostspielig ist für sie. Das kann, da kann nichts passieren. So, das ist Kontext zwei. Kontext Nummer drei, in dem ich mich jederzeit mit Rechten hinsetzen würde, und das ist jetzt keine Überraschung, wer mich kennt oder wer schon mehr Videos gesehen hat und mehr Texte gelesen hat von mir, das wären geloste Bürgerversammlungen. Und was ist da anders? Nach meinem Verständnis sind ja geloste Bürgerversammlungen der eigentlich politische Kontext. Das geht so weit, dass ich behaupte, Politik findet technisch gesehen überhaupt nur auf gelosten Bürgerversammlungen statt. Wenn wir keine gelosten Bürgerversammlungen haben, haben wir im technischen Sinne überhaupt keine Politik. Wir haben etwas, das wir so nennen, aber das erfüllt nicht die Minimalbedingungen dafür, dass man das Politik nennen kann. Also ich halte geloste Bürgerversammlungen für den eigentlich politischen Raum, also für die Sozialform, für die Sozialtechnologie, für die Methode, wie wir überhaupt einen politischen Raum zwischen uns aufspannen. Warum? Ich kann es wieder kurz begründen. Dort tritt also sozusagen symbolisch die Allgemeinheit zusammen, indem wir eben losen, kommen die verschiedenen heterogenen Menschen in Gleichrangigkeit zusammen, unmittelbar tauschen sich aus und das ist eben das, was Politik eigentlich erst konstituiert. Vorher sind wir immer im privaten vorpolitischen Raum. Dagegen ist auch jetzt erstmal nicht zu sagen, aber es geht ganz wichtig darum, dass der politische Raum bestimmte eigene Qualitäten hat, die wirklich nur er realisiert und alle anderen Räume nicht. Und um das zu markieren, kann man auch sagen, geloste Bürgerversammlungen sind der eigentlich politische Raum, alles andere ist privat. Also Öffentlichkeit ist privat, Vereine sind privat, Parteien sind privat. Das sind alles keine politischen Formen, das sind private Formen. Nach meinem Verständnis, das aus der Antike kommt, aus der griechischen Antike, natürlich mit einigen Anpassungen, mit einigen auch, wie soll man sagen, Reframings oder Reformulierungen. Es ist schon weitergedacht, es ist nicht einfach die Antike pur, aber es ist inspiriert von der griechischen Antike, also von den Leuten, die Politik und Demokratie mal erfunden haben und sie tatsächlich faktisch ganz, ganz anders verstanden haben und ganz, ganz anders gemacht haben miteinander, als wir es heute tun in der Neuzeit, in der Moderne. So, also von diesem Verständnis her kommt, dass sich aus der Antike speist, aus der antiken Demokratie, sehe ich es so, dass Politik eigentlich heutzutage nur in gelosten Versammlungen stattfinden kann und alles andere ist nicht politisch. Und in diesem politischen Kontext würde ich mich jederzeit mit allen Rechten hinsetzen. Warum? Wenn gelost wird, sind alle Menschen vertreten und das hat einen moderierenden Effekt an sich. Das heißt, wir alle sehen, was eigentlich die Meinung der Allgemeinheit in Wirklichkeit ist. Ja, anders als wir uns das denken. In allen möglichen Milieus, nicht nur im Rechten, nicht nur im Linken, in allen möglichen Milieus existieren Vorteile darüber, wie die Mehrheit denkt. Aber wie die Allgemeinheit denkt, also wie wir wirklich alle zusammen denken, das sehen wir nur auf gelosten Versammlungen. Dort zeigt es sich überhaupt. Und dort findet auch ein transformativer Prozess statt. Das heißt, wir gehen zwar alle rein mit unseren privaten Vorurteilen und Meinungen, aber im Prozess des Zusammenkommens als Allgemeinheit auf gelosten Versammlungen ändert sich unsere Meinung. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und das wird auch immer themenabhängig sein. Aber es gibt Veränderungen und die ist beobachtbar, die ist beschreibbar, die ist wahrscheinlich sogar wissenschaftlich feststellbar. Also Leute gehen mit anderen Meinungen rein in den Prozess, als sie rauskommen. Das heißt, dieser Austausch aller mit allen, dieser sich Begegnen der Allgemeinheit hat einen transformativen Effekt auf uns alle. Und dieser transformative Effekt ist der eigentliche Sinn von Politik, ist der eigentlich politische Prozess. Und da ich das so sehe, würde ich mich jederzeit mit rechten Hinsätzen zusammen auf gelosten Versammlungen und würde es sogar für einen Kunstfehler halten, würde man jetzt Rechte zum Beispiel draußen halten und nicht einladen. Also ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass alle teilnehmen, weil das der Sinn von Politik ist, sozusagen all inclusive zu sein, alle zu integrieren. Ich sehe es so, dass die griechische Antike, die Demokratie und die Politik als Integrationsmechanismen erfunden haben, als Inklusionstechniken und zwar ganz bewusst, weil sie Bedarf daran hatten. Sie kamen eben aus einem Zustand aus ungefähr 100 Jahren konstanten Bürgerkrieg. Sie hatten ständige Kämpfe zwischen sich, Parteikämpfe. Meistens waren das Parteikämpfe von der Form Adliger X plus Anhänger gegen Adliger Y plus Anhänger gegen Adliger Z plus Anhänger. Also sozusagen, ja, es gab schon Wortführer, aber es gab immer Anhänger und die sind dann geklashed. Und diesen Zustand hatte man ungefähr 100 Jahre lang gehabt in Athen. Und als Antwort darauf hat man Politik und Demokratie erfunden, um diesen Zustand aufzulösen. Und wenn man das so sieht und denkt, dann ist es ganz wichtig, dass alle teilnehmen. Wenn man Leute ausschließen würde aus diesem Prozess, das wäre das exakte Gegenteil von dem, was Politik leisten soll. Also es wäre eben ausgrenzend, es wäre explodierend. Und das halte ich für die eigentlich linke Haltung. Ich halte die eigentliche linke Haltung, die Haltung, alle sollen integriert werden in den politischen Prozess und zwar alle gleichermaßen. Niemand mehr, niemand weniger, niemand privilegiert, niemand mächtiger, niemand ohnmächtiger, sondern alle gleichermaßen. Und das schließt natürlich selbstverständlich auch Menschen mit rechter Haltung ein. Gerade die, also wenn ich ein wirklicher Linker bin, habe ich ein Interesse daran, dass Rechte am politischen Diskurs teilnehmen, aber dass sie in einem Prozess teilnehmen, der absolute Gleichrangigkeit garantiert und zwar allen. Und wie gesagt, also meine Videos, glaube ich, richten sich vor allem an mein eigenes Milieu, also an ein linkes Publikum, an ein linkes Milieu. Wenn ihr selber eine rechte Haltung habt, you're welcome. Ich vermute dann nur, dass ich euch halt mit dem einen oder anderen Dinge, die ich hier öffentlich sage, das Kraut ausschütte. Das kann ich dann gar nicht vermeiden und dann habt ihr euch quasi zu mir verlaufen und die einen oder anderen Dinge, ich erwarte das nicht. Aber sozusagen, was ich erwarte ist, dass ich sozusagen meine Mitlinken ein Stück weit für die Idee öffnen kann, dass linke Politik eigentlich bedeutet demokratische Politik und dass demokratische Politik bedeutet absolute politische Gleichbeteiligung, absolute politische Gleichberechtigung, eben die Gleichheit aller Menschen, aber in der Politik, nicht im Privaten. Und das ist die Besonderheit und diese Besonderheit entnehme ich der antiken Demokratie, also ihrer strengen Trennung der Privatsphäre, der ökonomischen Sphäre, des Oikos von der politischen Sphäre und das klare Bewusstsein dafür, dass in der privaten ökonomischen Sphäre andere Gesetzmäßigkeiten gelten, andere Sozialdynamiken als in der politischen Sphäre, wenn Politik überhaupt einen Sinn machen soll, wenn Politik überhaupt einen Wert hat, muss Politik ganz anders sein als unsere Privatdynamiken, unsere Privatgeschehen. Unsere Privatdynamiken sind immer geprägt davon, dass wir uns mit ähnlichen Menschen zusammentun, die sowieso uns schon ähnlich sind, die eine ähnliche Lebensgeschichte haben, ähnliche Werte haben, ähnliche Lebensbedingungen haben, ähnliche Meinungen haben. Mit dem tun wir uns im Privaten zusammen gewöhnlich. Deswegen ist es eben auch sowas, was der Daryl Davis macht, so ungewöhnlich, dass er also da privat über den eigenen Tellerrand drüber geht. Aber wir können im Privaten nie Ausbreitungseffekt erwarten, dass das viele Menschen tun. Das ist sehr aufwendig. Schon wenn du eine Familie hast oder wenn du beruflich sehr eingebunden bist, ist das schwierig zu machen, ständig sozusagen in ein anderes Milieu zu gehen und dann dort zu kontakten. Und dafür gibt es auch viel zu viele Milieus mittlerweile. Ich meine, auch Linke und Rechte sind kein homogener Haufen. Die sind in sich differenziert natürlich. Das sind verschiedene Milieus, Innenmilieus mittlerweile. Wir leben in einer differenzierten Gesellschaft. Und mein Eindruck ist oft, dass die Menschen heute noch nicht so richtig das Bewusstsein dafür haben, was das eigentlich heißt, also in einer differenzierten Gesellschaft zu leben. Das heißt, wie viele Milieus es faktisch gleichzeitig gibt, real existierend, unabhängig von unserer Anerkennung, unabhängig von unserer Wahrnehmung, unabhängig davon, ob uns das bewusst oder nicht, existieren diese vielen Milieus objektiv. Und ich denke, erst auf gelosten Bürgerversammlungen realisieren wir überhaupt das Ausmaß der gesellschaftlichen Differenzierung, weil dort eben die Gesellschaft in ihrer Heterogenität, in ihrer Diversifikation tatsächlich zusammentritt. Dazu gehört natürlich, dass wir sehr viel losen, dass wir sehr viele geloste Versammlungen haben. Da reicht nicht mal ein geloster Bürgerrat oder so. Wir haben ganz viele geloste Bürgerversammlungen, wo wir ständig in Allgemeinheit zusammentreten, alle mit allen, das berühmte Gespräch aller mit allen, dass die wirksamste Methode, die wirksamste Kulturtechnik gegen den sogenannten Krieg aller gegen alle ist, die meines Erachtens Thomas Hobbes mal ganz richtig analysiert hat. Man muss es aber als Intergruppenkonflikt verstehen bei Hobbes, wenn Hobbes vom Bellum Omnium Contra Omnis, vom Krieg aller gegen alle redet. Also ich vereinnahme tatsächlich paradoxerweise einen Denker wie Thomas Hobbes, der von vielen Linken abgelehnt wird, für das linke Denken. Ich halte Hobbes für einen progressiven Linkendenker. Das haben aber Linke selten verstanden, dass er das ist. Das entnehme ich der Lehre meines Philosophie-Profes. Also der hat das so unterrichtet. Der war selber eine sehr ambivalente Figur, aber er hat mich geöffnet, einige Dinge sehr, sehr anders zu sehen als meine Mitlinken. Und ich halte meine Position tatsächlich für überlegen, für produktiver, für konstruktiver, für eben im Sinne von auch progressiver, dass ihr uns weiterbringt, dass wir Fortschritte erzielen. Auf dem Weg, wie wir es bisher versuchen, erzielen wir keine Fortschritte. Erkennen wir nicht. Und noch ein warnendes Bild, ein warnendes Wort, also das geht an meine Mitlinken ausschließlich. Ja, wenn ihr jetzt eine eher konservative oder rechte oder was auch immer Haltung habt, bitte jetzt weghören. Das macht natürlich erst recht neugierig. Also meines Erachtens ist es so, dass wenn wir das nicht begreifen, wovon ich hier rede, das geloste Bürgerversammlung und die bewusste Einschluss aller in die Politik, die bewusste gleich starke Einschluss aller Menschen in die Politik, die bewusste Politisierung und Demokratisierung unserer Gesellschaft, wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann halte ich es für ausgemacht, dass Rechte den Kampf gewinnen werden. Solange Politik ein Kampf ist, werden ihn Rechte gewinnen, weil im Kämpfen sind Rechte besser. Also Linke haben bei einem Kampf nichts zu gewinnen. Linke haben etwas zu gewinnen, wenn wir das Kämpfen auflösen, wenn wir Politik nicht mehr als Kampf verstehen. Rechte möchten hartnäckig Politik als Kampf verstehen, als ewigen Kampf der Kulturen, als ewigen Kampf der Besseren gegen die Schlechteren, der Aristokraten gegen den Pöbel, als ewigen Kampf der, keine Ahnung, wenn es biologistisch gedacht wird, der überlegenen Rasse gegen die unterlegene Rasse, so möchten gern Rechte Politik denken, als ewigen Kampf, als ewiges Hauen und Stechen. Linke wollen das nicht. Und deswegen tun sich Linke keinen Gefallen, wenn sie Politik als Kampf verstehen. Und der Witz ist aber, und das mag natürlich übergriffig erscheinen oder arrogant, ich glaube, dass es Rechten mit linker Politik auch besser geht. Also sollten sich Linke durchsetzen, glaube ich, dass Rechte etwas gewinnen. Ich glaube, dass wenn wir eine Gesellschaft aufbauen, die tatsächlich auf gelosten Bürgerversammlungen beruht, also deren Zusammenhalt auf gelosten Bürgerversammlungen beruht, wo eben geloste Bürgerversammlungen das Rückgrat des Staates, das Rückgrat der Politik, das Rückgrat der Demokratie bilden, dass dann rückwirkend auch Rechte sagen, wir finden das besser als das, was wir vorher hatten. Obwohl wir vorher der Meinung waren, dass Politik ein ewiges Hauen und Stechen sein wird. Also das heißt, wenn das Hauen und Stechen zwischen uns aufhört, wird es rückblickend auch so erscheinen, auch Rechten, dass das eine gute Sache war, dass sich Linke durchgesetzt haben. Etwas, was heute undenkbar ist. Und nochmal, also ich habe es ja schon vielfach geschrieben, ich halte das auch deswegen für sehr praktikabel und sehr, sehr pragmatisch, alles andere als idealistisch, weil rein technisch gesehen, und da geht es jetzt wieder gegen psychologische Naivität, dieses Projekt der allgemeinen Politisierung der Gesellschaft, das Projekt der allgemeinen Demokratisierung der Gesellschaft, ein Projekt ist, das einzige linke Projekt ist, gegen das Rechte nichts haben können. Weil Rechte ja immer sagen, die schweigende Mehrheit ist auf unserer Seite. Rechte sagen immer, diese linken Meinungen werden wir von einer kleinen Großstadte-Elite vertreten. Ja okay, wenn jetzt Linke selber sagen, ja okay, lasst uns nachsehen, lasst uns tatsächlich alle in die Politik holen, so wie sie in der Bevölkerung da sind. Ohne Bias, ohne Bevorzugung bestimmter Gruppen. Lasst uns dafür sorgen, ganz streng, dass alle tatsächlich gleich viel und gleich stark an Politik teilnehmen. Dann können Rechte nur schwer sagen, nee, sind wir nicht dafür. Weil sie ja offen sagen, die schweigende Mehrheit steht hinter uns. Ja okay, dann lasst uns die schweigende Mehrheit in die Politik holen und nachschauen. Und das ist ein sehr inkludierender, ein sehr, ich kann es nicht anders sagen, es ist ein sehr kluger Move, der tatsächlich funktioniert. Und natürlich werden einzelne immer gegen geloste Bürgerräte schießen, weil sie Angst davor haben. Das ist aber sozusagen im großen Zug nicht von Bedeutung. Ja, im großen Zug ist es so, dass es tatsächlich allen Menschen einsichtig ist, dass es irgendwie Paradox ist, dass man eine Demokratie hat und trotzdem sollen Leute ja nicht an Politik teilnehmen. Wir haben Demokratie und trotzdem sollen Leute ausgeschlossen sein. Wir haben Demokratie und trotzdem sollen Leute nicht mitreden, nicht mitbestimmen, nicht mithören, nicht mitberaten. Das ist irgendwie intern, wie soll man sagen, wieder so widersprüchlich, dass man es nur schwer vom Tisch wischen kann. Also alle haben ein Interesse, dass alle an Politik teilnehmen und zwar gleich viel aktiv oder wie man früher mal gesagt hat im antiken Griechenland als Bürger, als Polites. Wir müssen alle Bürger werden, derzeit sind wir es nicht. Das ist auch so eine Paradoxie. Also derzeit wird das Bürgerliche sehr stark von Rechten in Beschlag genommen, aber eigentlich ist Bürgertum eine linke Position. Das verstehen aber sowohl Linke als auch Rechte in der Moderne nicht. Dass die Kategorie des Bürgers in der Antike eine progressive Kategorie war, obwohl sie ja dort so wahnsinnig ausschließend war. Frauen haben nicht teilgenommen, Sklaven haben nicht teilgenommen, selbst mit Türken haben nicht teilgenommen und zwar mit Türken haben sogar, umso mehr dieser politische demokratisierende Prozess vorangeht, immer noch weniger teilgenommen. Also die attische Demokratie war im Zuge ihrer eigenen Entwicklung immer noch ausschließender. Was wir aber heute brauchen, ist eine noch einschließendere Demokratie. Und so gesehen, wenn man es so betrachtet, hat tatsächlich noch nie auf dem Planeten jemals eine Demokratie existiert. Wenn wir eine Demokratie erschaffen in der Moderne, werden wir die ersten Menschen das hinkriegen. Eine Gesellschaft, in der alle erwachsenen Menschen den Staat machen, in der alle erwachsenen Menschen gemeinsam regieren, in der alle erwachsenen Menschen gemeinsam das Schicksal der eigenen Gemeinschaft bestimmen, keine von uns weniger, keiner von uns mehr. Wir wären die erste Gesellschaft, die das realisiert. Also aus einer bestimmten Perspektive war natürlich Attica, weil die antike Demokratie keine Demokratie. Genauso wie wenig eben die Renaissance-Republiken Venedig und Florenz, obwohl sie gelost haben, aber eben aus einer ganz kleinen Schicht alteingesessener Demokratien. Man hat gelost, aber es waren so viele Leute ausgegrenzt aus dem Lostopf, dass man nicht von Demokratie reden würde. Und wenn man in Attica hinschaut, meine Zahlen, ich weiß immer nicht, ob die Stimmen sind, dass in Attica 200.000 Menschen gelebt haben. Davon waren irgendwas zwischen 25.000 und 45.000 Vollbürger. Das heißt, die Leute hatten den Bürgerstatus. Demokratisch und zugleich links ist meines Erachtens den Bürgerstatus auf alle Menschen auszuweiten. Das heißt, alle Menschen als aktive Mitgestalter in die Politik zu holen. Das halte ich für die eigentlich genuine linke Position und mir tut es in meinem linken Herzen extrem weh, dass meine Mitlinken das nicht verstehen. Also das nicht verstehen, dass Demokratisierung ein urlinkes Projekt ist. Das eigentlich linke Projekt und alles andere ist Quark. Ja, es ist immer so problematisch, wenn man sagt, alles andere ist Quark, aber in dem Fall ist es wirklich so. Alles andere führt nicht zum Ziel. Alles andere ist naiv, ist kontraproduktiv und ausgrenzend. Aber Politik darf nicht ausgrenzend sein. Und hat gesagt, die Leute, die Demokratie erfunden haben, waren keine Linken. Sie waren Realpolitiker. Sie wollten einfach Probleme lösen. Sie haben Probleme gesehen in ihrer Gesellschaft, die Attica extrem geschwächt haben, obwohl sie zahlmäßig eine der größten Pollys war, obwohl sie flächenmäßig eine der größten Pollys war, obwohl sie eigentlich ein Schwergewicht hätte sein können, sein müssen in der hellenistischen Welt. Aber das war es nicht. Also soweit wir die Quellen überschauen können, hat Attica vor seiner Demokratisierung, also vor den kleistinischen Reformen 508, 507 vor Christus, im Gesamtgefüge der hellenistischen Welt, der altgriechischen Welt, kaum eine Rolle gespielt. Also man war groß, aber man war unbedeutend, weil man sich in internen Kämpfen derart aufgerieben hat, gegeneinander, dass man außenpolitisch keine Bedeutung gespielt hat. Die Strahlkraft Athens, die auch überzeitliche, historische, ja, die klassische Episode mit Architektur, Kunst und Philosophie und tralala, diese Episode ist alles ein Resultat der Demokratisierung gewesen. Es gibt auch einen internen Zusammenhang zwischen Attica als Hochkultur und Attica als Demokratie. Und der Zusammenhang ist eindeutig so, dass Attica zu dieser strahlenden Kultur geworden ist durch die Demokratisierung selbst, nicht davor. Davor war Attica unbedeutend, auch in der griechischen Welt. Durch diesen Zusammenschluss, durch sozusagen die Einigung der Bürger, durch einen völlig neuartigen politischen, demokratischen Prozess ist Attica überhaupt so groß geworden, so stark geworden, hat diese Strahlkraft entwickelt. Und daran sehen wir ganz generell, einen ganz generellen Effekt, der meines Erachtens überzeitlich gilt. Das heißt, in allen Gesellschaften der Welt, an allen Orten, zu allen Zeiten wäre es so, dass wenn man in einer komplexen, differenzierten Gesellschaft anfängt zu losen, ganz bewusst und immer mehr Menschen in diesen Lostopf hineinzieht, also dass sie zu aktiven Bürgern werden, zu aktiven Mitgestaltern, dass das der Effekt wäre. Man kriegt eine sehr viel unternehmerischere Gesellschaft, auch das ist gut belegt aus den antiken Quellen, dass die anderen Griechen, nachdem die Athener sich selbst demokratisiert haben, die Athener als unglaublich ein unternehmungslustiges, entscheidungsfreudiges Völkchen angesehen haben, als ein sehr vitales Völkchen, bis dahin, dass man das fast als pathologisch gesehen hat. Also so aktiv, wie die dann wurden, fanden das die anderen Griechen bedenklich, ja. Also diese Umtriebigkeit, die die Athener an den Tag gelegt haben. Und das Problem war natürlich, dass Athen nach außen wie ein Hegemon, wie ein Hyteran gegenüber den anderen Polis agiert hat, was dann zum Peloponnesischen Krieg geführt hat. Also intern war man demokratisch, miteinander, zumindest innerhalb der Bürgerschaft, aber nach außen war man, kurz gesagt, extrem arschlochhaft unterwegs. Die anderen hat man unterdrückt mit dieser überbordenden Kraft, die aus der Demokratie entstanden ist. Und das darf uns natürlich heute nicht passieren. Wir brauchen heute eine globale Demokratie. Eine Demokratie, in die tatsächlich alle Menschen auf dem Planeten integriert sind. Also ich meine das hier sehr ernst, nicht idealistisch. Ich meine das völlig praktisch, völlig pragmatisch und ich meine es vollkommen ernst. Nicht als Idealziel oder korrektive Idee oder sowas. Ich meine es ganz praktisch. Wir brauchen eine Verfassung weltweit, in die alle Menschen integriert sind und zwar aktiv integriert sind und zwar aktiv gleich viel integriert sind. Unterhalb dieses Niveaus werden wir nie Frieden kriegen und unterhalb dieses Niveaus wird es immer so sein, dass sich Rechte langfristig durchsetzen und das wird auch für die Rechten selbst nicht gut sein. Ich kann nur immer wieder auf Hannah Arendt verweisen, die macht diesen Zusammenhang ziemlich klar. Also rechte Politik führt fatalerweise zu einem Ergebnis, dass auch Rechte im Endergebnis nicht wollen können. Und ich werfe das Recht nicht vor, aber ich werfe es meinem eigenen Milieu vor, dass sie das nicht wirklich verstehen. Also dass sie sozusagen auf einem Schatz sitzen, auf dem Schatz der Position zum progressiven Lager gehören zu dürfen, und die Progression besteht darin, immer mehr Menschen in den politischen Prozess hineinzuziehen als Gleichberechtigte und nicht Leute auszugrenzen. Links darf nicht ausgrenzend sein, ist es aber derzeit, in den Formen, wie es vertreten wird und das ist keine gute Idee. Also das ist sozusagen die große Umarmung und das ist vielleicht auch das zu Tode Umarmen unserer Streitlust, unserer Streitzucht. Natürlich sind wir alle sehr streitsüchtig, ich bin auch sehr streitsüchtig, aber das ist ein Problem in einer differenzierten Gesellschaft, einer differenzierten, dynamischen Großgesellschaft wie der, die wir jetzt schon seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden realisieren, ist unsere menschliche Tendenz zur Grüppchenbildung, Parteibildung und Streitzucht ein Riesenproblem und Demokratie adressiert dieses Problem. Demokratie und Politik, wie die Griechen es in Athen verstanden haben, löst dieses Problem. Dazu war Politik mal erfunden, dazu wurde Demokratie mal eingeführt, das war der Sinn. Und das haben wir irgendwie im Laufe der Geschichte verloren und vergessen. Und heute machen wir ganz dumme Dinge, wir machen Lagerpolitik, wir machen Parteipolitik, aber das ist das Gegenteil von Politik, das ist privates Hauen und Stechen. Das ist Privatismus und Privatismus ist schlecht für alle. Also ich stehe ja auf dem paradoxen Standpunkt, dass Links- und Rechtsdenken falsch ist. Gleichzeitig, gleichzeitig bin ich der Meinung, dass die Linke im Kern recht hat, aber sozusagen das auf eine Weise vertritt, wie es dann überhaupt nicht links oder überhaupt nicht demokratisch ist, nehme ich ausschließend. Also die eigentliche linke Politik wäre, an der Demokratisierung der Demokratie zu arbeiten, an der vollständigen verfassungsmäßigen Politisierung der Gesellschaft zu arbeiten, natürlich nicht in einer bevormundenden Form, nicht im Sinne von wir sagen euch, was ihr denken sollt, überhaupt nicht, sondern bitte kommt in die Politik und sagt, was ihr denkt. Und zwar alle gleichermaßen, alle, auch die, die gar nicht wollen, auch die, die privat bleiben wollen, auch die, die es sich nicht zutrauen, auch die, die große Hürden haben, weil sie zum Beispiel Behinderungen haben, weil sie psychische Erkrankungen haben, weil sie durch Kehrtätigkeiten gebunden sind, weil sie sehr fordernde Jobs haben oder mehrere Jobs haben oder weil sie einfach so depressiv sind und so irgendwas, dass sie sich das gar nicht zutrauen. Auch die, gerade die brauchen wir in der Politik als Gleichberechtigte, als Bürgerinnen. Und die eigentliche demokratische, politische und meines Erachtens auch linke Haltung ist, diese Leute gezielt verfassungsmäßig in die Politik zu halten und verfassungsmäßig heißt regelmäßig, als Teil des Normalbetriebs der Politik, nicht ausnahmsweise. Also sozusagen eine verbriefte Verfassung, in der es so ist, dass alle Menschen am politischen Leben beständig teilnehmen und dass das total stinknormal ist, noch normaler als derzeit in der Schweiz. Ja. Also auch die Schweiz ist, nach meinem, dafür halten keine Demokratie derzeit. Ja. Die Schweiz ist bewundernswert weitentwickelt in Relation zu anderen Staaten, die heute existieren. Aber vor diesen Maßstäben, die ich hier aufmache, ist die Schweiz keine Demokratie. Auch Ostbelgien ist noch keine Demokratie. Ja. Ein anderes Vorzeigebeispiel. So. Also, mein Standpunkt ist, derzeit existiert noch keine Demokratie, aber es wäre für alle gut, wenn eine existieren würde. Für alle. Einschließlich allen. Allen geht es besser. Es ist einer der ganz wenigen Fälle von Win, 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 Win. Selbst Lobbyisten geht es besser in einer Demokratie, auch wenn das keiner glauben mag. Ja. Aber rückblickend wird sich das so zeigen. Das ist meine Prognose. Ja. Auch Leute, die heute massiven Lobbyismus machen, meines Erachtens, sind Leute, die sich gerade selbst schädigen. Ja. Und das ist ihnen vielleicht nicht klar oder vielleicht ist es ihnen klar und sie können es nicht ändern, weil halt die Formen der Politik, wie sie derzeit sind, halt Lobbyismus einfach erfordern. Wer derzeit keinen Lobbyismus macht, ist selber schuld. Ja. So. Wenn du keinen Lobbyismus machst, bist du der Gearschte. Ja. Das ist halt die Realität. Aber das ist ein Problem für alle. Diesen Zustand müssen wir gemeinsam überwinden und wir können ihn nur verfassungsmäßig überwinden durch eine Demokratisierung der Demokratie, durch eine Politisierung der Gesellschaft, die wirklich konsequent ist, die streng ist und die nachhaltig bleibend ist, also verfassungsmäßig ist. Das ist mein merkwürdiger Standpunkt und das ist eben auch meine merkwürdige Standpunkt zum mit Rechten reden, also um es nochmal aufzudröseln. Privat setze ich mich jederzeit mit jedem Rechten hin und rede, ja, wenn es nicht lebensbedrohlich für mich ist, also in Kontexten so, wir trinken mal ein Bier oder wir gehen mal Mittag essen oder so, habe ich kein Problem mit. Der andere ist ein Mensch, ich bin ein Mensch, so sehe ich das. Und dass der andere aus seiner Biografie heraus halt einige Dinge sehr, sehr anders sieht als ich, ja, das ist nicht seine Schuld und das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist halt so. Das sind die Gegebenheiten des Lebens. Ich erwarte mir halt dann von diesem Hinsetzen nicht sonderlich viel, ja, dass jetzt der andere sich groß ändert oder ich groß mich ändere, das halte ich für unwahrscheinlich, außer man macht es eben so wie Darrell Davis und man macht ein langzeit, privates Langzeitprojekt auf der Ebene Märtyrertum, Heroismus draus und dazu habe ich keinerlei Ambitionen, das halte ich auch für den falschen Weg. Also ich bewundere Darrell Davis, aber ich würde ihn nicht nachmachen. So, das ist so Ebene 1. Ebene 2 ist, in der Öffentlichkeit würde ich mich nicht mit Rechten hinsetzen. Ich würde nicht mit Rechten auf eine Podiumsdiskussion gehen, ich würde nicht auf eine Demo gehen, mich in TV-Shows hinsetzen oder mir öffentliche Debatten mit Rechten liefern und sei es auf Social Media oder in irgendwelchen Kolumnen spalten, das macht überhaupt keinen Sinn, weil sie da gar nicht sich bewegen kann. Und was soll das Ganze dann? Wenn sich nichts bewegt, wofür tue ich das? Um mich nochmal selber besser zu fühlen, um mich nochmal selber zu bestätigen, okay, da kann ich auch so komische Videos machen, die leisten das Gleiche. Ja, das ist pure Selbstbestätigung, Selbstgespräch, Selbstbehumzung, was ich hier mache, aber da ändert sich ja nicht groß was. Ich grabe mich nochmal tiefer in meinen Positionen ein. Das auch im Gespräch mit anderen zu machen, erscheint mir als vollkommen sinnlose Tätigkeit. Und die dritte Form, wie man mit Rechten reden kann, wäre auch wieder eine, die ich jederzeit machen würde auf gelosten Bürgerversammlungen, vor allem dann, wenn geloste Bürgerversammlungen verfassungsmäßig eingeführt werden. Das heißt, Normalbetrieb und Rückgrat unseres politischen Betriebs werden, was ich, ich kann es gar nicht sagen, unglaublich stark befürworte und für den eigentlich, die eigentliche Lösung von zahlreichen Problemen halte, die wir heute alle gemeinsam haben. Also wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft besser wird, wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft handlungsfähiger wird, wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft responsiver wird, das heißt viel früher auf Probleme antwortet und zwar in einer Form, die dann wirklich Probleme löst, dann müssen wir geloste Bürgerversammlungen einführen. Und zwar geloste Bürgerversammlungen, die niemanden ausgrenzen. Wirklich niemanden. Ich meine das ernst, wenn ich nicht sage niemand. Ich meine das unter Einschluss aller erwachsenen Menschen. Alle Menschen, wo wir sagen, dieser Mensch hat einen Erwachsenenstatus, das heißt, er wird nicht privat, wie heißt das so schön, hat keinen Vormund privat. Alle Menschen, die privat keinen Vormund haben, müssen als erwachsene Menschen und das heißt auch als politisch Erwachsene und politisch mündige Menschen behandelt werden und müssen aktiv in die Politik als Mitberater, Mithörer, Mitentscheider, Mitgestalter. Das ist das, was uns wirklich was bringt und was wir derzeit natürlich offensichtlich noch nicht haben. Ich meine, habt ihr ein politisches Leben? Ich habe derzeit keins. Ich war mal in der Partei, bin dann wieder ausgetreten. Und habe ich ein politisches Amt? Nein. Also ich bin ein Privatmensch, ganz offensichtlich. Und die allermeisten Menschen sind auch Privatmensch. Also es gibt so Auflistungen, zum Beispiel Deutschland, aber Deutschland ist wirklich nur eins, ein Land. Ja, es ist so, ja, man kann über Deutschland reden, aber ich meine, ich rede hier wirklich über globale Geschichten, auch wenn ich zufällig halt hier sitze. Aber wenn man es auf Deutschland sagt, es gibt so Zahlen, 200.000 Menschen machen in Deutschland die Politik aktiv. Aber wenn man sich anschaut, wer bewirbt sich um Ämter, wer geht in politische Ämter, wenn das das Kriterium für politische Tätigkeit ist, also nicht, ich schreibe in Kolumnenspalten und verbreite mich über Social Media, sondern wirklich übernehme Verantwortung, dann sind das in Deutschland 200.000 Menschen. Das ist die politisch aktive Bevölkerung, faktisch. Das ist für eine Demokratie ein Armutszeugnis. Attegar war auch keine Demokratie, aber Inhalmin hat es geschafft, 10.000 bis 15.000 Prozent der Leute in Politik zu bringen. Wenn ich das umrechne, 200.000 auf 83 Millionen, dann komme ich auf irgendwie sowas und dann halt noch abziehe, wer ist minderjährig und so, wer ist also nicht mündig, im heutigen Verständnis, dann komme ich auf so eine Zahl zwischen 0,3 und 0,4 Prozent der Menschen in unserer heutigen Gesellschaft machen die Politik. 0,3 bis 0,4 Prozent der Menschen haben ein politisches Leben. In Attegar waren es immerhin 10 bis 15. Also wenn man jetzt nackte Statistik gegeneinander hält, dann war Attegar rein statistisch demokratischer als wir, weil mehr Menschen an Politik teilgenommen haben, wenn das das Kriterium ist. Und das halte ich für ein relativ valides, relativ gutes Kriterium für den Demokratisierungsgrad. Wie viele Menschen nehmen beständig, aktiv an Politik teil, wie viele Menschen gestalten beständig die Gesellschaft mit, wie viele Menschen haben aktiv, aktiv den Bürgerstatus, nicht passiv, nicht ich wähle und delegiere davon meine Verantwortung weg. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir dahin müssen, dass zu dem Verständnis, dass man seine politische Verantwortung gar nicht wegdelegieren kann. Also dass die schön brav immer bei einem verbleibt und dass man nicht andere beauftragen kann mit Politik, sondern Politik ist eine der ganz wenigen Dinge, die nicht arbeitsteilig gelöst werden können, sondern die wir hübsch selber machen müssen, und zwar wir alle. Also sozusagen Politik kann man nicht delegieren. Die Idee der politischen Repräsentation ist ein Irrweg, ein Irrtum der Moderne, den die antike Demokratie bewusst nicht hatte. Die antike Demokratie war eine nicht Repräsentationsdemokratie, sie war eine Präsenzdemokratie und das ist das exakte Gegenteil. Und an dieser Stelle wieder waren die antiken Griechen aus ihrer historischen Erfahrung heraus sehr viel klüger als wir es sind. Wir machen es falsch, die Griechen haben es richtig gemacht an dem Punkt. So, besser wird es nicht. Ich weiß, das ist nicht für viele, ist das wahrscheinlich eher schwer zu schlucken. Ich kann es nicht besser sagen, ich wünschte, ich würde besser darüber reden können, als ich kann, und ich wünschte manchmal auch, ich wäre ein anderer, weil ich dann wahrscheinlich überzeugender wäre, als dieses merkwürdige Wesen, das ich bin, dieses zufällig kontingente Wesen, das merkwürdige Gedanken hat und tatsächlich auch jederzeit eingestehen würde, dass es in vielen Teilen ziemlich verrückt ist. Also ich bin ein wirklich ziemlich verrückter Mensch und alles andere als vertrauenswürdig und glaubwürdig und trotzdem bin ich der Meinung, dass da richtig, richtig was dran ist an dem merkwürdigen Schmarrn, den ich hier erzähle. Und ich würde immer gerne sagen, denkt mal drüber nach, aber ich erwarte mir halt davon nichts, weil ich eben glaube, dass eine solche Videotätigkeit hoch privat und damit eben unwirksam ist. Wohin wir müssen, sind geloste Versammlungen und dann schauen wir mal, schauen wir mal, was auf gelosten Versammlungen passiert mit uns. Ich würde mich verändern, alle anderen Menschen würden sich auch verändern, wenn wir das regelmäßig machen. Und ich glaube zum Guten. Das ist so meine Prognose, das ist so meine Wette, wenn man so will. Das ist das, worauf ich setze. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Isonomie, dass die Demokratie gelost werden muss.